Ja, schwieriges Thema. Also ich würde sagen, es ist eigentlich ganz cool, dass die so lange offen haben, aber halt der Abstand muss irgendwie schon gewährt sein. Und wenn sich die Leute daran halten, finde ich, sollte es auch kein Problem sein, irgendwie bis spät in die Nacht in der Bar zu sitzen. Ja, ich sehe das genauso. Also ich finde, jeder kann sich ja auch zusammenreißen, egal wie viel Alkohol konsumiert wird daher. Ich weiß nicht. Also ich kann mich auf jeden Fall zusammenreißen, wenn ich Alkohol trinke, um den Mindestabstand zu gewähren. Daher verstehe ich, warum andere das nicht auch können. Keine Ahnung. Wenn man abwägen muss zwischen persönlichen Befindlichkeiten und einem Virus, der offensichtlich irgendwie Menschenleben in Gefahr bringt, dann halte ich die Maßnahmen für gerechtfertigt.